Den 5. Februar 2005 werde ich nie vergessen. Ich hatte von Gehirntumorpatienten in den USA gehört, die Schadensersatzprozesse in Milliardenhöhe gegen die gesamte Mobilfunkindustrie führten. Doch die Industrie gab Entwarnungen über Lobbyisten, die sogar bei der WHO saßen. Probleme sind unerwünscht und müssen bekämpft werden. Es geht schließlich um 17 Billionen Dollar Umsatz pro Jahr. Es bleibt nicht bei der Wissenschaft. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. Die Wissenschaft kennt das Problem und hätte auch Lösungen dafür. Doch die Industrie scheint nicht daran interessiert zu sein. Ein Kampf David gegen Goliath. Nun müssen amerikanische Gerichte entscheiden. Ich denke, diese Industrie ist zu großartig, zu verlieren. Es ist nicht bereits erfüllend. Das ist nicht bereits erfüllend. Untertitelung des ZDF, 2020